Konnichiwa 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 Neuen Video auf meinem Kanal Heute wollte ich ein bisschen Jump World spielen Weil das ja so praktisch ein neuer Modus auf Timolia ist Und ja dann wollte ich einfach meine Tagesliga spielen Guck mal Märchenwelt ist so Das Top Jump Run Gucken wir uns das mal an So Märchen 1 Rapunzel Hop Hop Also Sprünge sind jetzt nicht allzu schwer Kommt man auf jeden Fall First Try Fuck Habe ich fast das First Try geschafft Komm Kriege ich meinen First Try hin Yes Das ist immer noch schönes Haar Das ist echt gut gemacht bis jetzt Ähm Ich lachs jetzt Ok Hm So Ich lachs jetzt mal an Geh ich flüß Boah Ich lachs jetzt noch einmal Warte nur noch welche Die ist Tagessieger Könnten wir mal spielen da ich gewock hab dass ich die sehe Und ich hab auch keine Nächstes Märchen Märchen 2 Frau Holle Oh Oh Jetzt fängt das schon So Also Sprünge sind eigentlich Gut zu machen Also sind jetzt nicht zu schwer Kommt man definitiv First Try durch Weil man nicht so behindert ist wie ich Weil man nicht so behindert ist wie ich Ja das ist so das Problem Bei mir Aber das ist echt Also es ist schon richtig kreativ finde ich So Diese Idee Märchenwelt Schon wieder verkackt Aber die Sache versucht es ja auch so First Try so durch zu rennen In statt ich es einfach ordentlich mache In statt ich es einfach ordentlich mache So Bin ich bei den Glaspainens? Oh Gott Alter ist das mies So Bin ich auf den Wolken Irrf den Boah ich geh nicht RIP RIP Bin einfach too bad Müssen wir so ein Sprünge So Du hast äh die Sch Du hast die Spu Du hast deine Spule in den Brunnen fallen lassen So Los Tauch in den Brunnen Um sie wieder zu holen Komisch Plötzlich bist du auf einer Wiese So Kann man einfach so rüber rein? So Ein bisschen komisch gemacht Aber kommt man auf jeden Fall gut durch So Brot Ach Zieh mich raus Zieh mich raus Sonst Verbrenne ich Ich bin schon längst ausgebacken Okay Okay So Können wir weiter So Apfel bauen Ach schüttel mich Ach schüttel mich Wir Äpfel sind alle miteinander rein Komm Kinimo Okay Sieht schon mal interessant aus Fuck Nein Mit dem Eis ist auch relativ tricky Wenn man da weg rutscht Komm Zack Nein So kurz vorm Checkpoint Ich bin aber zu schlecht 20 Fails haben sich da schon angesammelt Krass Komm Nein Ach man Es gibt wirklich immer bei Jump'n'Runs immer so einen Sprung der mich dann abfuckt Das ist genauso wie bei Jump'n'Runs Ja Oh mein Gott Habe ich endlich Schafft Komm LOL Yes Haben wir es dann auch nochmal geschafft Nice Mächen vier Hände und Kriegel Ey das ist echt saugut gemacht Finde ich so Alle Allein so der Story Hintergrund wie man so So ein Märchen nachbaut ist schon Voll gut Ich muss später abspringen Jetzt Nice Zuck 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 So Checkpoint Und Ah fuck Ja wegen dem Seesand ist es Mega Kacke gewesen Ah Das war knapp So Ah 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 Loll Ich weiß nicht ob ich da nochmal stehen bleiben muss auf dem Seesand Ich kann es hier mal machen Ah man das ist echt schwer Ja Kann ich nicht vielleicht hier auf die Außeninsehen springen Ich glaube dafür sind die nicht gemacht Ich glaube dafür sind die nicht gemacht Ne Eigentlich nicht Ich versuche jetzt einfach nur noch durch zu springen weil es ist echt schwierig Ich habe jetzt schon wieder 18 Fails glaube ich gesammelt in diesem einen Punkt Mann ich sehe die Sache ist ich sehe schon das Ende das ist ja das Miese da Loll 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 ich hatte den noch eigentlich Loll Loll Ein Partikel Okay Gucken wir es mal an Danke fürs Spielen meiner Map Ich hoffe ihr hattet Spaß Das Jump'n'Run ist leider so kurz da die meisten Märchen zu schwer umzusetzen zu sein Das glaube ich auch Außerdem wäre die Ladzeit dann zu lang geworden Verzeiht mir bitte Bauzeit genau 8 Stunden läuft Hier kann man nochmal dann zu den anderen Jump'n'Runs gehen Ich fand das alles eigentlich sehr gut also Respekt nochmal an dem Map aber ich würde gerne nochmal zu Schneewittchen Oh Komm So Versuchen wir es einfach nochmal Keine Ahnung ich habe irgendwie Bock drauf So Zack Also wir hätten es auf jeden Fall geschafft Komm versuchen wir mal First Try Nein Egal Es war auf jeden Fall ein sehr schönes Jump'n'Run Ich würde einfach sagen Leute war es für die heutige Folge Jump World auf meinem Kanal Ich hoffe es würde euch gefallen wenn da ist einfach eine kleine freshe Bewertung da Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt Lasst ein Abo da Leute Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Und tschüss Ich wünsche euch noch einen Tag